Das neue Küchenfronten-Gut-Aussehen ist normal. Dass Sie es auch nach mehr als 15 Jahren noch tun, eine Frage der Qualität. Wir bestrahlen neue Oberflächen mit extrem starkem Xenon-Licht, um schon jetzt alterungsbedingte Farbabweichungen bewerten und darauf reagieren zu können. Und weil Licht nicht gleich Licht ist, prüfen wir jede neue Charge unter verschiedenen Bedingungen. So haben Fehler keine Chance und wir die Gewissheit, dass das Dekor Ihrer Nobilia-Küche wirklich passt.